Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Workshop 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 2 vs. 2 RT, wie eigentlich meistens. Ja, und ich habe mich wieder einmal für Human entschieden. Bereit zur Arbeit. Ich gehe dann mal. Okay. Bereit zur Arbeit. Ja, mein Lord. Bereit zur Arbeit. Wenn er Headhunter, Caster und den Tauren Schieftellen baut, gehe ich auf Miele-Einheiten, also Nahkämpfer, um den Gegner von uns wegzublocken. Bereit zur Arbeit. Dazu brauche ich zuerst ein paar Footmen. Danach auf Tier 2 Spellbreaker und auf Tier 3 dann Ritter. Und dann sollte das Ganze gut funktionieren von der Kombo her. Ja, mein Lord. Arbeit ist voll brav. Arbeit ist voll brav. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. So. Den Arkmage. Bereit zur Arbeit. Und, come on. Errichtet mehr Höfe. Na, der Hof müsste gleich fertig sein. Errichtet mehr Höfe. Arbeit ist voll brav. Mehr Arbeit. Na gut. So, ist ja dieselbe Position, wo ich stehe, wie im letzten Game. Allerdings konnte ich mir da hier oben die Echse sehr gut holen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, da die untere Echse hier von... ...am Red. Okay, hier haben wir einen Ork. Bereit zur Arbeit. ...bewacht wird. Und die Roten sind am Anfang natürlich nicht so leicht zu machen. So, Tower ausbauen. Ich will sowieso erstmal hier den grünen Spot wieder. So, Water Element. So, lauf schneller. Oh, der hat zu viel Schaden genommen. Jetzt einen Shop. Ja, mein Lord. Zur Arbeit. Und? Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aber ihr braucht meine Hilfe? Immer noch. Ja. Jetzt hat es sich erledigt mit dem guten Jungen da unten. Bereit zur Arbeit. So, machen wir hier noch den grünen. Was auch immer. Was ist es diesmal? Einsatzball. Befehle. Sag das Zauberwort. Anges. Was braucht ihr? Ja, mein Linzer. So. Wie macht schon. Als erstes natürlich versuchen, den Highlader niederzumachen. Und jetzt gehe ich schon in den Tech. Und? Und Verstand hat der Wehren angekündigt. Oh. Da war wohl der Blademaster in meiner Base. Was auch immer. Arbeit ist vollbracht. Perfekt. Hat sich da erstmal ein Easy Kill abgeholt. Ja, mein Lord. Ihr braucht meine Hilfe? Arbeit ist vollbracht. Und? Säle. Und wisst ihr was? Ich gehe gleich mal zum Angriff über. Auf die Ork Base. Und? Ich habe nämlich eben nicht gesehen, dass er eine Kaserne hatte. Also mal sehen. Vielleicht töcht er gleich direkt durch. Mehr Arbeit? Wie gesagt. Ist nur mal ein kleiner Versuch, um zu gucken. Perfekt. Was auch immer. Ich kann's kaum erwarten. Dem Flory, Frustraris Cedar. Schon unterwegs. Kommt er weg. Ja, gerade so. Die Fehler. Richtig. Jawohl, mein Lord. Und? Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lens hat. Okay, der hat nur eine Menge Tower. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und? Hier braucht meine Hilfe. Wie lock ich mich selbst hier irgendwie? schon unterwegs. Und? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was auch immer. So, dann muss ich gleich schnell zum Shop. Was ist das? Abgeschlossen. So, und der Schöne ist, er sieht mich ja nicht. Mantel der Schatten und für so einen Fall sehr gut. Oder auch nicht. Na gut. Das stirbt doch. Ja, mein Lord. Was? Mehr Arbeit? Richtig. So, allem gleich wieder rausschicken hier. Was ist? Mehr Arbeit? So, und dann gehen wir gleich mal weiter auf Tier 3. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Was ist? Oh, der hat schon ordentlich noch auf den Headhunter. Mehr Arbeit? Was? Ich geh dann mal. So, oh. Das dauert zu lange, bis mein Archmage endlich kommt. Befehle? Mehr Arbeit? Sagt das Zauberwort. Befehle? Jawohl, mein Lord. Arbeit ist vollbreit. So. Voll unterwegs. Nun macht schon. Und? Die Magieströme sind heute launisch. Was ist? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist vollbreit. Und die Echse, da hole ich mir dann auch direkt. Was? Ich geh dann mal. Was ist es diesmal? Und? Was auch immer. Arbeit ist vollbreit. Macht schon. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Was ist es diesmal? Ich komme, um dieses Land zu säubern. So. Verbesserten Holzabbau brauche ich jetzt natürlich unbedingt. Nein. Gut. Nein, geht nicht. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Richtig. Na gut. Was? Richtig. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. Richtig. So. Und auf Spellbreak habe ich gesagt. Ausbau abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Wartet, bis ihr mich im Einjahr seht. Meine Hilfe. So. Ah, die Armee ist noch nicht so gut. Da muss gleich noch ein bisschen was kommen. Arbeit ist vollbreit. Bereit zur Arbeit. Und? Ich rieche mal. Was auf ihm macht. Forschung abgeschlossen. Ja, mein Lord. So. Und hier muss ich unbedingt auch einen Shop hinbauen. Ich kann jetzt jeder mal. Richtig. Das, falls wir porten müssen. Ihr braucht meine Hilfe? Arbeit ist vollbracht. Ihr neues kaufen können. Ihr Arbeit? Es ist mehr, was ist gekämpft. Ihr braucht meine Hilfe? Nein. Gebt mir was zu zahlen. Unsere Stadtkarte hat belagert. Haben wir einen Blade Master hinten drin. Bereit zur Arbeit. Ja, meine Arbeit ist noch dran. Na gut. Was? So. Und hier baue ich jetzt mal sogar noch einen dritten Tower rein. Ich gehe dann mal. Unsere Stadt wird belagert. Bereit zur Arbeit. Nun macht schon. Arbeit ist vollbracht. Was? Oh, oh. Arbeit ist vollbracht. Wir sind vollkommen abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Was ist es diesmal? Nein. Mehr Arbeit. Es ist mehr Arbeit abgeschlossen. Ihr braucht meine Hilfe. Bereit zur Arbeit. Du macht schon. Gebt mir was zu tun. Es ist mehr erfolgsverforderlich. Was? So. Dringend noch welche reinschicken. Ausbau abgeschlossen. Warte, bis ihr mich im Einsatz sicherer aufreicht. So. Hero Focus. Aber mein MK stirbt jetzt auch. Nein. 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 Das ist auch die Breaker auch mit vor. Eure Magie gehört mir. Es ist mehr Holz erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Na warte nur. Holz oder Gold? Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Es ist mehr Gold erforderlich. So. Jetzt mehr Höhe für alles wollen sie. So. Und jetzt brauche ich auch langsam die Schmiede. Nicht bauen. Richtig. Nun macht schon. Perfekt. Was auch immer. Bereit zur Arbeit. Wie viel Elfen war. Und? So. Da kommt meine Armee auch endlich angerückt. Was ist? Und wir Steinkraft, da werden angegriffen. Mein Lord. Braucht ihr Hilfe? Arbeit ist vollbracht. Was ist das Gießmal? Hm? So. Na. Der Andert ist aber ziemlich eingefächt. Wartet bis ihr mich im Einsatz seht. Genial. Gebt mir was zu tun. Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Okay. Lass mich auch rausporten. Was auch immer. Wartet bis ihr mich im Einsatz seht. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Es ist mehr Gold erforderlich. Weiteres Teleport warten. Gebt mir was zu tun. Nun macht schon. Wartet bis ihr mich im Einsatz seht. Hm? Die Items alle rüber zum Argen-Age. So. Und den kann ich jetzt auch verkaufen. Jo. Und? Mehr Gold habe ich leider nicht anzubieten. Oh, wozu denn? Der hat doch eine Echse. Ihr braucht meine Hilfe? Was auch immer. So, und jetzt gehe ich auf Knights. Hoffentlich taugt das was. Ja, mein Lord kann nicht kommen. Deswegen baue ich mir jetzt noch eine zweite Kaserne. Ja, mein Lord kann nicht kommen. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Und? Perfekt. Oh, den hat er ja schon gemacht. Perfekt. Oh, guck mal, wer da kommt. Oh, oh. Armer Blader. Oh, oh. Das haben wir genau in die Arme gelaufen. Genau. Das ist jetzt natürlich richtig dumm gelaufen für den. So, und jetzt werden Knights gepumpt. So, mein Water-Element hat anscheinend noch keinen Bock. Und der erste geht raus. Sehr schön. Unsere Taktik sehr gut aufgegangen. Oh, da kommt der Undead angerannt. So, und ich pumpe natürlich noch ein paar Knights nach. Und der zweite geht raus. Und das Spiel haben wir auch gewonnen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein in diesem Sinne. Bis bald. Euer Ram. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. 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 Vielen Dank.